Hey Leute und willkommen zurück bei Fußballprofi werden. Heute mit einer weiteren Ausgabe des 1x1 des Fußballs und das Thema ist Geduld. Jeder träumt immer vom Erfolg über Nacht. Jeder sucht diese magische Pille, die Abkürzung zum Erfolg. Und natürlich wird immer wieder in den Medien berichtet, er wurde von heute auf morgen zum Star. Ja, aber über was natürlich keiner berichten möchte ist die jahrelange harte Arbeit, die ständige Weiterentwicklung, die Qualen, der Verzicht. Glaubst du wirklich, dass Cristiano Ronaldo von heute auf morgen so gut wurde, wie er jetzt ist? Wir glauben, er wurde vor allem deshalb so gut, weil er tagtäglich, weil er Woche für Woche sich immer weiterentwickelt hat. Und auch heute bricht er noch jedes Jahr seine eigenen Rekorde. Das heißt, er entwickelt sich ständig weiter. Und unser Tipp heute für dich, es ist diesmal nur einer, aber es ist sehr, sehr wichtig, ist, sei etwas geduldiger. Konzentriere dich einfach mal nur auf den heutigen Tag. Schau, dass du heute deine Ziele erreichst. Auch wenn es vielleicht nur kleine Erfolge sind, die du heute feiern kannst. In Summe werden sie etwas ganz Großes bewirken können.